Und somit willkommen meine lieben Gnullis zu einem neuen Video und zwar Shower with your Dad Simulator 2015. Mir haben schon mehrere das Spiel ans Herz gelegt, jetzt habe ich es mir gekauft. Ich bin gespannt worum es geht. Der Titel ist etwas gestört. Ich frage mich ob ich jetzt als Tochter mit meinem Vater duschen soll oder was auch immer. Keine Ahnung. Ich würde sagen wir fangen einfach mal an und los geht's. Jungs, die sind schon extrem geil. Wir machen einfach mal das erste hier. Did you get a haircut Dad? Son, I got all of them cut. Ah, können wir jetzt hier ein Team aussuchen? Ihhh. Die haben ja Pipis. Die haben Pipis. Pipis. Wer hat den längeren? Okay, alle gleich lang. Was sollen wir nehmen? Sollen wir Thomas nehmen oder Richard oder Johnny? Komm, wir spielen die Rothaarigen. Was muss ich machen? Laufen? Ah, hier. Und jetzt? Oh, ich darf nicht zu fremden. Ach so, ich darf nur zu meinem Daddy laufen. Alles klar. Okay. Okay, 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 okay. Schnell, 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 schnell. Ah. 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 Ah nein, das ist der falsche. Ah. 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 Das Kind ist so braun. Aber der Vater ist auch so weiß. Das hat die Mutter etwa ein bisschen mutterschwarz. Ah, das ist stressig. Oh Gott. Oh Gott. Das ist unfair. Oh, oh. Da muss man vor aufpassen. Das ist ja ein bisschen wie Snake. Ah. Ich konnte ihn nicht erwischen. So ein Scheiß. Shower with your Daddy, ey. Aber ich liebe solche Spiele, Leute. Ihr wisst es ja. Auf jeden Fall danke für die Empfehlung. Mir gefällt es jetzt schon. Man muss echt vorsichtig sein. Ah. Ah. Ich bin langsam scheiße. Ah, okay. Jetzt kommt noch ein Bonus dazu. Ah. Schneller. Komm schon, Daddy. Daddy, ey, Penis ist sofort. Die Musik ist einfach die geilste. Die habe ich auch schon bei Poop in your Soup gefeiert. Nur das Kind sieht irgendwie aus wie so ein, wie so ein Wikinger irgendwie. So, so braun. Und ich darf nicht mit einem anderen Vater schauen. Sonst ist es wahrscheinlich, äh, oh Gott, es wird immer schlecht. Scheiße, ey. Komm, wir nehmen mal jemand anderen. Wir nehmen mal die Blackies. Ich glaube, da ist es leichter. Voll süß hier, der läuft. Ich glaube, hier ist es leichter, dann zu erkennen, wo er ist, denke ich. Mal gucken, ob ich jetzt hier weiterkomme. Blackies voran! Ja, der Titel ist schon, äh, sehr vielversprechend. Shower with your daddy. Da denkt man sonst was. Aber eigentlich ist es ganz lustig gemacht. Komm schon. Ah, ah, ah. Wir haben uns alle die gleich großen Pipis. Oh, ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Wie viel müssen wir noch schauen? Hey, ich werde besser, ich werde besser, ich werde besser, ich werde besser. Ich werde besser. Ja. 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 Ah, Vorsicht, Vorsicht. Da kommen Sternchen aus der Dusche. Und, ah, shit, ey. Komm, noch eine Runde. Ich will nochmal die. Oh, extra soap. Geil, ey, die Musik immer. Komm, wir nehmen nochmal Thomas. Wir nehmen die Deutschen. Das Deutsche Team. Das Deutsche Team. Oh, das Deutsche. Ah. Ach so. Oh je, das ist ja voll. Ach so, ich verstehe. Ah, was für ein Scheiß. Geil. Das ist ja, also mit dem Spiel. Kann man sich, glaube ich, echt stundenlang beschäftigen. Oh, shit, ich habe versagt. Ist das geil. Die Musik, ey, ich feier sie. Chip, chip. Ja. Männer, das würdet ihr euch doch auch wünschen, mit einem gewissen Gliedmaß von eurem Körper tun zu können. Oh, shit, ist der Falsche. Oh, und dann ist man gleich am Arsch, oder was? Ich will noch kurz gucken, was das ist. Alter. So ein Scheiß. Jetzt kommt ihr wieder, Blackie. Was muss ich machen? Ach, auf Zeit jetzt. Okay, ja, okay, alles klar. Was ist, wenn ich einen Falschen... Ah, okay, jetzt verändern sich auch noch... Oh, das ist ja voll schwer. Jetzt verändern sich auch noch die Dinger. Die Männchen. Aber, Leute, ich bin gut. Ich bin gut. Ich habe eine neue Soap. Ich habe eine neue Soap. Die waschen sich. Die waschen sich. Guck mal, die haben jetzt ein Handtuch und ein Soap, weil ich hier so viel spiele. Geil. Oh je, oh je, oh je. Druck, 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 Druck. Druck, 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 Druck. Schneller, schneller. Ah, shit. Okay, alles andere ist noch versperrt. Ja, Leute, danke für die Empfehlung. Ich fand es echt richtig lustig. Vielen Dank. Immer wieder gerne her mit so gestörten Spielen, die etwas anders sind. Ich finde, die muss man auch spielen. Denn Muddys Heights kommt übrigens auch bald. Das wurde mir auch schon mehrfach ans Herz gelegt. Dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht es wieder weiter mit ein bisschen Ego-Shooter und so weiter und so fort. Und im Mai starten wir dann mit unseren Let's Plays Uncharted, Doom, Mirror's Edge und natürlich auch Battleborn. Und dann sage ich wie immer, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Und morgen wird gestreamt wieder um 19.30 Uhr. Ich werde es aber wieder weiterhin verkünden. Ich freue mich auf euch, Gnulis. Und vielen Dank für den Support. Hüffchen nach oben und wir sehen uns. Tschüssi. Ade mit E. Waschi.